Hier präsentieren wir die 5 besten Fernrohr-Tests. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Innislink Monokular Teleskop. Sie suchen ein ultrakompaktes Monokular Teleskop? Sehen Sie sich das Innislink Monokular Teleskop an. Das monokulare Teleskop verfügt über BAK 4, Prismen und eine FMC-Mehrschichtvergütung für eine klarere Sicht. Außerdem verfügt es über eine 12-fache Vergrößerung und ein weites Sichtfeld, sodass Sie Objekte in einer Entfernung von bis zu 1000 Metern leicht erkennen können. Das monokulare Teleskop ist perfekt für jeden, der die freie Natur liebt. Es ist ideal für die Jagd, Reisen, Sichtsein, Camping und vieles mehr. Holen Sie sich das beste monokulare Teleskop auf dem Markt mit dem Innislink Monokular Teleskop. Nummer 4. Abgro Fernglas Feldstecher Optisch-Ferngläser Weitwinkel. Suchen Sie das beste Monokular für Outdoor-Aktivitäten. Dann suchen Sie nicht weiter als Abgro. Das Abgro Monokular bietet eine außergewöhnliche Optik und ein großes Sichtfeld. Das macht es perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Klettern. Außerdem ist es kompakt und leicht, sodass Sie es problemlos überall hin mitnehmen können. Das Abgro Monokular hat eine optische Linse, die ein Sichtfeld von 50 Grad bietet. Das bietet einen unglaublichen Blickwinkel, sodass Sie Ihre Umgebung klar und deutlich beobachten können. Holen Sie sich mit Abgro ein unglaubliches Monokular für Outdoor-Aktivitäten. Vor mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Kaundef Concept Monokular Teleskop Haben Sie Bedarf an einem Fernglas? Dann sollten Sie sich unser neues Kaundef Concept Monokular Teleskop ansehen. Unser 12X50 Monokular Teleskop ist die perfekte Wahl für Outdoor-Aktivitäten wie Sichtseein, Jagd, Vorbeobachtung und vieles mehr. Es verfügt über ein 50mm Objektiv und eine 12-fache Vergrößerung, sodass Sie weit entfernte Objekte mühelos heranzummen können. Außerdem ist es wasserdicht, sodass Sie es überall hin mitnehmen können. Unser Monokulares Teleskop wird außerdem mit einem Handyclip geliefert, mit dem Sie es an Ihrem Handy befestigen können, um es freihändig benutzen zu können. Genießen Sie ein unterhaltsames, aufregendes Leben mit unserem Kaundef Concept Monokular Teleskop. Nummer 2. GoSky Monokulares Teleskop Suchen Sie nach einem neuen Reiseteleskop. Dann suchen Sie nicht weiter als unser neues GoSky 12X5 und 50 High Definition Monokular Teleskop und Fast Smartphone Adapter. Dieses monokulare GoSky Teleskop ist perfekt für jeden, der die Natur liebt. Es ist mit einem leistungsstarken 2.0 mm Bac-4 Prisma und einer FMC-Linse ausgestattet, die weit entfernte Objekte klar und deutlich in den Fokus bringen. Und mit seiner 12-fachen Vergrößerung und dem 55 mm Objektiv ist dieses Teleskop perfekt für alle, die ein leistungsstarkes Teleskop benötigen. Der schnelle Smartphone Adapter macht es einfach, Ihre Entdeckungen festzuhalten. Sie können Ihr Smartphone ganz einfach mit dem Teleskop verbinden. Dann können Sie die Zoom-Taste Ihres Smartphones verwenden, um Objekte zu vergrößern, ohne das Teleskop manuell zoomen zu müssen. Erforschen Sie die Welt um sich herum und entdecken Sie Ihre Wunder mit einem neuen GoSky 12. Und die Nummer 1 unserer Liste. COSMOS 67-8 und 60-5 und 60 Fernrohr. Sind Sie neugierig auf die Welt, die Sie umgibt? Dann schauen Sie sich unser COSMOS-Teleskop an. Das COSMOS-Teleskop ist der perfekte Begleiter für jeden, der die Welt um sich herum erkunden möchte. Es verfügt über eine 12-fache Vergrößerung, mit der Sie Objekte aus der Nähe betrachten können. Außerdem lässt es sich mit stabilen Metalltuben und einer bequemen Gummiaugenmuschel leicht einstellen. Unser Teleskop ist für Menschen jeden Alters geeignet. Der stabile Metalltubus macht es zum idealen Begleiter auf Reisen und im Urlaub, während die Augenmuschel es zum perfekten Begleiter für Kinder macht. Entdecken Sie die Welt mit unserem COSMOS-Teleskop. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Ja, re Minisi gestorben wird nicht mehr, wie gut geht es um allesowany. Wir gucken mal in den nächsten. média Vielmehr. Flatervice alleine. 1001.